Dr. Richmond glaubt, es gibt einen Indianerstamm, dessen Mitglieder direkte Nachfahren des Amazonas-Mannes sind und der irgendwo tief im Dschungel Brasiliens liegt. Sie werden ein Team leiten, das zum Amazonas aufbrechen wird und herausfinden, was das Geheimnis des ewigen Lebens ist. Matt Ford, schön, Sie kennenzulernen. Um Gottes Willen! Was sitzen hier fest? Was gedenken Sie zu tun? Ray! Sieht ihr das an? Er sagt, das stellt den Schlangengott Naga dar. Er und seine Männer haben Angst, weiterzugehen. Es wird niemand umkehren. Was ist das? Wir müssen hinterher. Soll das ein Scherz sein? Er ist erledigt. Ihm ist was passiert. Wohin wurde die Frau gebracht? Die schlanken Menschen haben sie mitgenommen. Setz dich ans Funkgerät. Gehen wir weiter. Wir sind zu wenige! Bewahrt das Geheimnis. Gefahrt das Geheimnis. Ah! ARD Text im Auftrag von Funk